Ich zeige euch heute die Grundstücke auf meinem Minecraft CityBit-Server, die ein Tag, eine Woche, ein Monat und ein Jahr alt sind. Dieses Grundstück gehört dem lieben Pixel-Aris und man kann relativ schnell erkennen, dass dieses Grundstück nicht älter als ein Tag ist. Es ist ein Mini-Haus gebaut, der Spieler ist hier gerade sogar in seinem Grundstück. Das Haus ist sogar ziemlich cool eingerichtet, also Props gehen raus, dafür dass du erst seit 24 Stunden auf meinem Server zogst. Dieses Grundstück hier gehört dem Spieler Niki und er hat hier eine Pyramide gebaut mit sehr viel Feuer. Hinter der Pyramide ist ein kleiner Wald und wenn wir in die Pyramide gehen, ist hier noch nicht so viel eingerichtet. Aber das Grundstück ist ja auch erst eine Woche alt. Das Grundstück hier gehört dem Spieler Mamu und man sieht relativ schnell, es ist hier ein ziemlich großes Grundstück. Das sind nämlich vier verbundene Grundstücke. Hier ist auf jeden Fall gerade ein Haus am Entstehen, ein sehr, sehr cooler Brunnen auf jeden Fall. Und wenn wir hier reingehen, dann ist hier auch sehr viel innen eingerichtet und es gibt sogar einen Keller. Jetzt sind wir beim letzten Grundstück und zwar bei einem Grundstück, was ein Jahr alt ist. Hier ist ein riesiger, riesiger Turm. Ich glaube, das ist japanisch oder chinesisch, auf jeden Fall sehr, sehr cool gebaut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches von den Grundstücken euch am besten gefallen hat.